Musik Während er auf der Erde zu Besuch ist, verliebt sich ein Außerirdischer in eine Fledermaus. Sie bekommen ein Baby und nennen es Ai-Ai. Sie lieben ihr Kind zwar, aber wenn es sie anschaut, gruseln sie sich. Es hat einen starren, unheimlichen Blick und merkwürdig knochige Hände. Dann lernt Ai-Ai das Sprechen und fängt auch sofort an zu lügen. Die besorgten Eltern sind entsetzt über seine Dreistigkeit und gehen Hilfesuche zu einer Fee, die einen Bann über Ai-Ai legt. Und jedes Mal, wenn er lügt, wächst sein Mittelfinger um einen Zentimeter. Ai-Ai jedoch lässt das Lügen nicht. Im Gegenteil, er fängt zudem an zu schimpfen, zu lästern und überhaupt wird sein Benehmen immer schlimmer. Er entdeckt, dass er sich mit jedem Zentimeter besser und besser in der Nase bohren kann. Er entdeckt, dass er sich mit jedem Zentimeter besser und besser in der Nase bohren kann. Er entdeckt, dass er sich mit jedem Zentimeter besser und besser in der Nase bohren kann. Er entdeckt, dass er sich mit jedem Zentimeter besser und besser in der Nase bohren kann. Nun ist er 18 Jahre alt und hat seinen ersten Eintrag im Guinness Buch der Rekorde als bester Popler der Welt. Applaus 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 Applaus